Eine der wichtigsten Komponenten, die dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen, ist die Ernährung. Achte in jeder Trainingsphase vor allem auf die Qualität, denn auf die Quantität. Das hilft dir nicht nur dabei, deine sportlichen Ziele zu erreichen, sondern lässt dich auch im Alltag unschlagbar werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017